Nachdenkseiten Die kritische Website Corona und Medien Gibt es einen rasanten Anstieg bei den Neuinfektionen? Von Tobias Riegel Die aktuelle Berichterstattung zu Corona ist einmal mehr irreführend und sie missachtet wichtige Regeln bezüglich der Zahlenbasis für die alarmistischen Artikel Die Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder und Wissenschaftler warnen, dass die Lage schnell ernst werden könnte Meldete die Tagesschau am Mittwoch In diesem Sinne haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Beiträge in privaten und öffentlich-rechtlichen Medien eine anscheinend rasante Eskalation bei den Neuinfektionen festgestellt Auf diesen Berichten wurde dann ein angeblich dringender Handlungsbedarf in Form von verschärften Corona-Maßnahmen aufgebaut Es scheint für Politik und große Medien ausgemacht und sie möchten das durch diese bedrohlichen Äußerungen untermauern Die zweite Welle ist nicht nur eine reale Gefahr sie hat uns möglicherweise bereits erfasst Nicht nur zahlreiche große Medien verbreiten diese fragwürdige Botschaft Auch der Chef des Robert-Koch-Instituts RKI Lothar Wieler sagte am Dienstag laut Medien Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie und er betonte, es könne sich um den Beginn einer zweiten Welle handeln Die Manipulation mit den Neuinfektionen Diese Berichterstattung ist irreführend und sie missachtet wichtige Regeln was die Zahlenbasis für die alarmistischen Artikel angeht Um eine Entwicklung, also etwa den nun proklamierten Anstieg bei den Neuinfektionen festzustellen muss diesen zwingend die Zahl der neu durchgeführten Tests gegenübergestellt werden Alles andere ist manipulativ Aus der Relation ergibt sich eine jeweilige Positivquote Die hat sich laut RKI nun von 0,6 auf 0,8% leicht erhöht Aus dieser unspektakulären Momentaufnahme einer leichten Erhöhung lassen sich aber keine Panik erzeugen und keine einschneidenden Maßnahmen rechtfertigen Denn diese Rate lag laut RKI auch schon mal bei 9,0% und sie ist seither immer weiter gesunken bis auf 0,8% Vom zwischenzeitlichen Tiefstand der letzten Wochen ist sie nun wieder dort angelangt Dazu innerhalb des Artikels eingefügt Die aktuelle RKI-Grafik Wenn man nicht nur Schrecken, sondern nützliche Informationen verbreiten will anhand derer die Bürger sich selber ein Bild vom realen Gefahrenpotenzial des Virus machen können müssten Medien und Politik zusätzlich und mit vergleichbarem Nachdruck folgende Informationen des RKI verbreiten Wie viele Menschen werden in Deutschland im Moment stationär wegen Corona behandelt und wie viele Menschen sind wegen des Virus verstorben? Denn diese Zahlen stützen keine Panikmache Hospitalisiert sind aktuell 249 Patienten und laut RKI sind in der letzten Kalenderwoche sechs Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben Diese Zahl ist zwar vorläufig, aber die geringste seit Beginn der Messung durch das RKI Es sollte auch immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die tatsächliche Todesursache oft nicht klar ist Darum die aktuelle unspezifische Sprachregelung an oder mit dem Virus verstorben Diese Fragen schließt sich die Feststellung an, dass die nun verkündeten Neuinfizierten nicht alle infiziert sind, sondern zunächst nur positiv getestet wurden Hier besteht das Problem von zum Teil falsch positiv Getesteten Doch selbst von den mutmaßlich real positiv Getesteten überstehen zahlreiche Betroffene die Infektion ohne nennenswerte Probleme Sie sind dann zwar potenzielle Herde der Ansteckung, aber die jüngsten panischen Berichte über die rasant wieder zunehmenden Fallzahlen erzeugen eben ein Bild von diesen neuen Fällen, das an Dramatik weit über den eigentlichen Befund hinausgeht Unseriöser Umgang radikalisiert die Debatte Im Gegensatz zu zahlreichen Artikeln, die das gar nicht tun, gibt es auch Berichte, die die Erhöhung der Testzahlen und die dadurch zwingend erhöhten Fallzahlen durchaus in Relation setzen Doch auch etwa der Spiegel begann kürzlich einen Artikel mit der Überschrift 815 Corona-Neuinfektionen an einem Tag Das sind kritische Signale Erst später folgt, für die Leser, die durchhalten, die Auflösung Zitat Allerdings wurde zuletzt auch mehr getestet und die Positivquote lag in der vergangenen Woche mit 0,6% auf einem ähnlichen Niveau wie in der Woche zuvor Zitat Ende Der Titel des Magazins hätte also auch lauten können Die Positivquote bleibt niedrig Wie gesagt, im Gegensatz zu diesem bereits fragwürdigen aufgebauten Spiegelartikel bedienen sich zahlreiche Medien und Politiker noch stärker der verzerrenden Methode mit den absoluten Zahlen Oft wird fast nichts angemessen ins Verhältnis gesetzt, beispielsweise zu sehen an einer Verlinkung innerhalb des Artikels Eine für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtige, ergebnisoffene Debatte wird so weiterhin unterdrückt Die Diffamierung der Kritiker der Corona-Maßnahmen als rechts, wie es aktuell in starker Pauschalisierung gegenüber den potenziellen Teilnehmern einer Demonstration am Samstag in Berlin, 10.30 Uhr unter den Linden, zu beobachten ist, wird auf Dauer die Debatte weiter vergiften und radikalisieren Ein Beispiel für diese pauschale Diffamierung hat Albrecht Müller in den heutigen Hinweisen des Tages kommentiert, verlinkt innerhalb des Textes Das kann man noch Monate so weitermachen Die Nachdenkseiten haben das Problem mit der wackeligen, verzerrten bis falschen Zahlenbasis der Corona-Maßnahmen bereits vielfach thematisiert Bereits Anfang April beklagte Ralf Wurzbacher in einem verlinkten Interview mit Statistik-Professor Gerd Bosbach die Zielvorgaben und Zahlengrundlagen für die Corona-Maßnahmen Diese Vorgaben seien ebenso schwammig, wie sie mit immer mehr Tests praktisch unerreichbar würden Bosbach prophezeite damals, das kann man noch Monate so weitermachen Jens Berger hat das Problem in einem verlinkten Interview mit Bosbach ebenfalls erörtert Und in einem weiteren verlinkten Artikel beschreibt er Maximale Maßnahmen auf Basis minimaler Gewissheit Die unter anderem von den Nachdenkseiten seit Wochen eingeforderte Rückkehr zu einem seriösen Umgang mit Zahlen im Zusammenhang mit Corona ist unausweichlich Ohne eine seriöse Datenbasis bricht die gesamte Folgediskussion zusammen Diese wird dann, wie wir es gerade erleben, über weite Strecken von Moral und von Behauptungen bestimmt Nicht von der permanent betonten angeblichen Wissenschaftlichkeit Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Wer wünsаничung, Sie können uns übernehmen und bei Ihnen anfangen, presented во Fernanze Wer auch nicht zu über抓, Sie können uns ohne wissen, wie sie wollen, dass der pareil Sie können uns übergroß Guinness im catchwerfen dudes sch preset